hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute unboxing von machete kills im savi exklusiven steelbook und los geht's nach dem winter viel spaß ja heute mal hier unboxing von machete kills von savi ding hat glaube ich circa 8 euro gekostet ist glaube ich auch kein deutscher ton drauf machen wir mal auf wie sagt film ist ja der zweite teil ist ja der zweite teil der erste der erste war fand ich richtig geil ich weiß ich stehe auf so eine scheiße muss man ganz ehrlich sagen der war ganz cool der zweite hatte auch so seine momente war aber nicht mehr ganz so gut fand ich wie der erste auf jeden fall aber immer noch kann man sich immer noch angucken schauen wir uns immer ein bisschen genauer an so dann kommen wir mal zum steelbook von vorne ziemlich cooles motiv ist so in matt gehalten komplett motiv ist ziemlich cool aber hätte ein bisschen besser sein können wie sagt man hätte die blut spurze hätte man so in hochlans machen können das ein bisschen cooler gewirkt auf jeden fall aber geht nur in ordnung schauen uns die rückseite an die ist ist okay muss ich sagen also ist ziemlich cool gemacht so mit dieser machete und diese abtrennung halt zwischen ihm und den schauspielern die mitspielen ist ist okay kann man machen ist mal was anderes ich sag mal wenn ich jetzt länger sehe so schlecht sieht es kann ich aus so aus ja macht ein cool eine visa für den preis ist okay wie soll ich hatte den nicht als die book den teil von daher ganz okay so schauen wir uns mal die innenseite an die sieht denn so aus das mal raus in seite würde ich sagen ganz ganz cool doch ziemlich geil gemacht passt zum rest des steelbooks schönes back motiv ja an sich jetzt nicht der überflieger dass die book aber wie sagt der film ist halt auch die schmackssache mein download code noch dabei ja wie soll es das auch von dieser stelle wieder gewesen sein viele zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann ciao